Ich mache ganz, ganz viel, habe total viel Arbeit, aber ich habe kein Outcome, also ich habe kein Ergebnis. Das ist halt alles und nichts. Wann habe ich zum Beispiel das letzte Mal gezielt einen Zielgruppenbesitzer mir aufgebaut? Das Endergebnis kommt nur zustande. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Podcast-Folge auf unserem Podcast Immolution. So, heute wollen wir mal über folgendes Thema reden und zwar habe ich mir was überlegt. Wir reden mal heute über die Erfolgsgeheimnisse in dem Thema, stabile Einnahmen als Immobilienmakler zu generieren und eine planbare Auftragsakquise aufzubauen. Also was sind die Erfolgsgeheimnisse hinter diesen beiden Punkten? Die sind ja auch nah und eng miteinander verwandt sozusagen, stabile Einnahmen, regelmäßige oder planbare Auftragsakquise. Genau, lass uns doch mal anfangen, darüber ein bisschen zu reden. Okay, also der erste Punkt aus meiner Sicht ist, als Immobilienmakler sich auch direkt mal darüber so Gedanken zu machen. Was heißt denn überhaupt erstmal stabile Einnahmen? Weil ja doch viele Makler da draußen einfach im Kopf haben, so ich mache einen Umsatz und im Monat oder vielleicht auch alle zwei Monate. Weil da muss man gucken, was ist so der Durchschnittsumsatz eines Immobilienmaklers in Deutschland, der liegt so, ist jetzt schon einige Jahre her, so statistisch irgendwie vielleicht bei 80.000 oder sowas. Und als Unternehmen ist das natürlich, sagen wir mal, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben, so ungefähr. Und das macht natürlich wenig Sinn. Und die andere Seite der Medaille ist auch, jetzt überleg mal ein Unternehmen, was nur ein einziges Mal im Monat eine Rechnung schreibt. So einfach mal aus der Unternehmensperspektive. Ja, das ist sehr, sehr scheiße. Das ist halt nicht viel, das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, also was brauche ich denn überhaupt, um Stabilität zu haben? Also ich brauche regelmäßige Abschlüsse, regelmäßige Verkäufe und zwar mehr als einen im Monat. Und da würde ich mal die Benchmark setzen bei mindestens mal einen die Woche, also vier im Monat. Das ist so die Richtung. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ist gar nicht mein Ziel vielleicht. So, okay, das ist ja in Ordnung. Wo du drauf hinaus willst, ist ja der Punkt der Regelmäßigkeit. Genau. Also einfach regelmäßig innerhalb von bestimmten Abständen und das eben nicht einmal im Monat, sondern mehrmals im besten Fall, einfach eine Rechnung schreiben zu können, zum Notar zu gehen. Genau, vielleicht hier nochmal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt auf eins aus bin und dann klappt es nicht, dann habe ich null. Wenn ich auf vier aus bin und mein Ziel vier sind und eine Sache verrutscht mal, dann habe ich immer noch drei oder zwei. So, das ist halt schon, daher kommt ja Stabilität. Wenn man könnte auch sagen, auf zwei Beinen stehen ist einfacher als auf einem. Das ist erstmal so der Punkt, um so ein bisschen Stabilität überhaupt mal zu greifen und zu verstehen. Absolut. So, das ist mal das Erste. Wenn ich da als Makler, ob ich starte, ob ich jetzt Einzelkämpfer bin, unternehmerisch sieht es dann nochmal anders aus. Aber man kann sagen, ein Mitarbeiter, ein Verkäufer ist in der Lage, ohne wirklich riesen Stress zu haben, vier Urkunden im Monat zu machen. Unter der Voraussetzung, wenn er natürlich Zuarbeit hat, dass Einkauf und Akquise gemacht wird. Absolut. Genau. Okay, lass uns jetzt nochmal zurück. Also ersten Punkt haben wir schon mal, Regelmäßigkeit in der Rechnungsstellung. Und sich erstmal bewusst zu machen, okay, einmal im Monat reicht einfach nicht, schon alleine aus dem Grund, wenn es nicht klappt, habe ich eben null. Sehr interessanter Punkt. Also sich das einfach mal ins Bewusstsein zugucken. So, jetzt steht ja aber etwas dahinter. Um regelmäßig zu verkaufen zu können, muss ja überhaupt mal klar sein, und das ist leider vielen einfach noch nicht so in der Form klar. Vielleicht ist es vielen schon klar, aber sie wissen es dann nicht, wie sie es umsetzen, eins von beiden. Dass ich natürlich attraktive Angebote brauche am Markt, die das gewährleisten können. Und dafür finden wir ja die Ursache, weil heute soll es ja um die Erfolgsgeheimnisse auch so ein bisschen gehen. Da finden wir die Ursache ja eher im Einkauf. Also in den Einkaufsprozessen, die dann dafür sorgen, das Objekt von Anfang an attraktiv und realistisch im Markt zu platzieren. Um eben den Sales-Zyklus sozusagen, den Verkaufszyklus nicht auf drei Monate plus zu haben, sondern auf vier bis maximal sechs Wochen. Auf jeden Fall. Also das wäre der Einkaufs, genau. Das wäre der Schritt vor dem Verkauf, ist, dass ich die Objekte einfach gut reinhole. Und in dem Moment, und das zeigt die Praxis, die Praxis zeigt ganz klar meine Erfahrung und die unserer gesamten Coaches ist, wenn ich dort Kompromisse mache, wenn ich dort, ich sage es mal vorsichtig, schwach werde, weil ich so eine gewisse, sagen wir mal, Not habe, einen Auftrag zu bekommen. Oder ich sage, ich muss den annehmen, weil sonst habe ich ja kein Objekt. Dann bin ich einfach in der Notlage, in der Notsituation. Und das ist halt natürlich nie so richtig cool, wenn ich in der Notsituation bin. Und das Geheimnis dahinter ist, natürlich am Ende des Tages auch Nein sagen zu können. Weil wir machen uns mal nichts vor. Aber ich kann mit der richtigen Gesprächsstrategie, mit der richtigen Vorgehensweise, Analyse, Bewertung, Argumentation und so weiter. Mit einer guten Argumentation, einer guten Einwandbehandlung, kann ich einen Großteil der Verkäufer, die Wunschpreise im Kopf haben, überzeugen. 100 Prozent. Das ist ja auch bewiesen. Das wissen wir, dass das geht. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, sagen wir mal, wie ich gerade schon sagte, Gesprächsstrategie und ein gutes System. Aber natürlich auch auf der anderen Seite muss man jetzt auch fair sein. Es muss einen Verkäufer geben, der auch so ein bisschen bei Vernunft ist. So der jetzt nicht irgendwelche ganz wirren Dinge im Kopf hat. Dieses immer wieder gern genommene Argument, ich muss ja nicht verkaufen und so weiter. Das hören ja unsere Zuhörer, Zuschauer, alle Makler da draußen tagtäglich. Da eben nicht einzuknicken. Da eben dann nicht in diese Notlage zu kommen. Scheiße, jetzt musst du da jetzt aber hier irgendwie doch durch. Und das ist halt wesentlich einfacher, wenn du halt eben nicht ein, zwei Gespräche in der Woche oder Monat hast, sondern regelmäßig da deine Pipeline fütterst und beim Kunden sitzt, also umsatzproduzierende Aktivitäten. Das heißt, du sitzt regelmäßig beim Kunden und kannst auch sagen, pass auf, wenn ich dem jetzt Nein sage, dann falle ich nicht in ein tiefes Loch oder weiß nicht, wo kommt das nächste Gespräch her, sondern ich bin in der Sicherheit und weiß, das läuft. Also kann ich mich darauf konzentrieren, was die Immobilie wirklich wert ist und ob der Kunde es auch einsieht, vernünftig ist und mich als Experte respektiert als Makler oder als Gegner und dann mir wieder den blöden Spruch bringt, so nach dem Motto, ja, dann gehe ich zum anderen Makler, ja, warum denn? Weil, ja, der hat mir einen höheren Preis geboten. Okay. Jetzt hast du eben zwischen den Zeilen das Thema Umsatzproduzierende Maßnahmen angesprochen. Wir nennen es ja OPAs intern. Das kennen auch mit Sicherheit die einen oder anderen als Begriff. Und das ist für mich einer der nächsten wirklichen großen Hebel. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn jetzt auch die Leute, die uns hier zuhören, mal wirklich ganz, ganz kritisch hinterfragen, kann ja jeder für sich selber machen, mal ganz kritisch hinterfragen, okay, was mache ich eigentlich? Das ist auch eine Frage, die ich übrigens im Strategiegespräch oder generell in den Gesprächen mit unseren Kunden oder mit Interessenten sehr gerne stelle, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag lang? So, und was da rauskommt, ist oftmals, wo ich merke, die Leute wissen eigentlich so gar nicht richtig, was sie überhaupt den ganzen Tag lang machen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Weder folgt das einer klaren Vorgehensweise, einem klaren Plan, einem klaren Weg, ja, noch folgt das dem der Gewissheit, dass man weiß, dass das, was da gemacht wird, auch zielführend ist, ja, also am Ende ist es ein großes Chaos. So, was ist dein Standing dazu? Ja, Chaos kann man es nennen, da gibt es viele Namen für. Das Tatsächliche, was dahinter steht, ist, was auch jedem bewusst werden muss, wenn er selbstständig ist, wenn also sozusagen sein Überleben, mein, dein, unser Überleben abhängig ist von meinem Ergebnis, was ich erziele. Das ist ja das Ding. Das heißt, ich muss Ergebnisse erzielen. Und wir nennen das umsatzproduzierende Aktivitäten, aber am Ende des Tages muss ja ein Ergebnis dabei rauskommen, selbst wenn ich jede Menge Aktivitäten mache, also sehr beschäftigt tue und sehr beschäftigt bin, dann brauche ich am Ende des Tages, und das ist das Einzige, was für den Makler zählt, ich muss beim Notar sitzen und der Kunde muss einen Kaufvertrag unterschreiben. Das ist das Endergebnis. Ja, absolut, absolut. Ich nenne das die Alles-und-Nichts-Strategie. Das ist so, ich mache ganz, ganz viel, habe total viel Arbeit, bin total den ganzen Tag von morgens bis abends am Schuften sozusagen, aber ich habe kein Outcome, ja, also ich habe kein Ergebnis, so, und das ist halt alles und nichts, so, und du musst dir halt die Frage stellen, was sind die Dinge, die dir wirklich, die konkret darauf einzahlen, Umsatz zu machen und zum Notar zu gehen. Nun kann man ja ganz einfache Fragen sich selber mal stellen, okay, wann habe ich zum Beispiel das letzte Mal einen gezielt, einen Zielgruppenbesitzer mir aufgebaut, als Multiplikator zum Beispiel, wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Ja, das ist jetzt das nächste Thema, was ja aufkommt, ne? Das nächste Geheimnis sozusagen, also die ist ja kein Geheimnis, aber wir reden ja jetzt wirklich mal von hinten nach vorne bezogen, um es nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen. Die Wichtigste, das Endergebnis kommt nur zustande, um dieses Bewusstsein nochmal zu schaffen. Das Endergebnis kommt nur zustande und das kann man auch nur missionarisch und gebetsmühlenartig runterbeten. Auch wenn vielen das vielleicht, ja, ist ja logisch, das hört sich ja auch alles total logisch an. Der Punkt ist, ist das in der Praxis dann auch, also das heißt, jeder sollte sich hinterfragen, wie viele Urkunden mache ich pro Monat? Wie oft sitze ich beim Notar? Weil das ist das Endprodukt, ne? Also das ist das Ergebnis. Absolut. Das Ergebnis ist, und dann sind auch nur Käufer sowieso, weil er hat seine Wunschimmobilie und der Verkäufer happy. Und ich, der Makler, auch. Ja. Das ist das Ende. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses Thema, vielen ist das klar, oder sagen sie zumindest. Sagen sie, genau. Das ist halt so ein Punkt, was auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt ist. Es geht doch gar nicht darum, was du schon mal gehört hast, oder was dir bewusst ist, oder was du schon, oder wo du denkst, ja, das war mir klar. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, was setzt du um und was funktioniert bereits. Ja, aber Leon, das ist ein ganz, da sprichst du ein sehr, wie soll ich sagen, schau, weißt du, wenn du, es gibt ja Menschen, die anderen Menschen nach dem Schnabel reden, die würden sowas nicht ansprechen. Die sagen, ja, es ist ja klar, ich spreche so ein gefährliches Thema gar nicht erst an. Und dann gibt es ja die anderen Menschen, zu denen zähle ich mich auch, die halt auch mal den Finger in die Wunde legen. Und dann sprichst du sowas an. Das Problem ist halt nur einfach, wenn auf der einen Seite Menschen sind, die das Glauben verstanden zu haben und Glauben zu sehen, und sozusagen, ja, ist mir alles total real, aber am Ende des Tages nicht die Bereitschaft haben, etwas zu verändern, beziehungsweise es gar nicht wirklich tun, jeden Tag und jeden Monat oder jede Woche, und am Ende glauben, dass sie schon alles wissen. Das ist eigentlich der Hauptblocker, der Hauptblocker dafür, dass es überhaupt funktioniert. Also, dass man in die Richtung mal von, anstatt einer Beurkundung, zu zwei, drei oder vier kommt. Ja, das ist so ein Punkt so, das ist irgendwie so ein bisschen, wie wenn du bei Ebay auf so ein Produkt bietest, ja. Du bist so bei Ebay, siehst so voll das geile Ding, willst du haben, ja. Ja, auch Preis, Leistung, geisteskrank und du willst da jetzt mitbieten. Und die Person oder das Produkt in dem Falle sagt dann A und du sagst B, so nach dem Motto, ja, war mir schon klar, ne. Also, der eine will immer irgendwie weiter pinkeln als der andere, aber keiner stellt sich mal die Frage, was von dem mache ich denn bereits? Also, dieses Überbieten des Gegenübers immer, totaler Bullshit, weil die Leute sind mittlerweile so hardcore getrimmt auf dieses Thema, sie müssen jetzt etwas Neues hören, was sie noch nie davor gehört haben, dass es gut ist. Aber wir beide wissen ganz genau und ich glaube, das können wir mit in diese Erfolgsgeheimnisse, so wie wir es jetzt heute mal genannt haben, aufnehmen. Die wahre Macht, haben wir jetzt auch die letzten Tage wieder stark gemerkt, die wahre Macht liegt in den Basics, Punkt aus Ende. Exakt so. Punkt aus Ende. Und hier, und hier nochmal, das ist wirklich das Ding. Wer hat denn die Basics wirklich gemacht? Wer hat denn die Basics gemacht? Fangen wir doch mal an. Wenn ein, da sind wir eigentlich schon beim Einstiegstor in sozusagen den Erfolg. Wer hat denn als Immobilienmakler wirklich die Grundlagen und die Basics von Marketing, wirklich exakt nachvollzogen, ich will noch nicht mal sagen verstanden, sondern nachvollzogen und für sich verinnerlicht und weiß wirklich, wie er denn positioniert ist als Makler, wo er wirklich genau hin will als Makler und wenn du das nicht weißt und ich will überhaupt gar nicht ausschließen, ich war auch oft genug in der Lage, in der Situation, wo ich selbst auch überlegen musste, ja krass, ja. Oder du musst dich immer wieder neu auch ja hinterfragen und immer wieder neu überlegen auf den Stufen, wo stehst du jetzt gerade und was ist jetzt, das sind die nächsten Schritte. Wenn du das nicht hast, dann bist du ja immer in gewisser Weise von dem Input von außen abhängig und wartest eben auf den entscheidenden Impuls. Ich kann das ja sogar noch verstehen. Ja. Die Ursache dafür liegt aber, es selbst gar nicht richtig verstanden zu haben. Also du weißt ja so die Basis, die Schritte, was folgt auf was und so weiter. Und damit sind wir im Prinzip bei dem Thema Objektakquise. Also nicht Objektakquise ist ja eher Einkauf, sondern Verkäuferakquise. Also die Person, die hinter, also der Eigentümer einer Immobilie, den muss ich ja zuerst mal kriegen. Und das ist, wenn wir, das können wir ganz klar so auf den Punkt bringen, wenn du da nicht mindestens drei Quellen hast, wenn du da nicht mindestens drei Quellen hast, die wirklich richtig gut funktionieren und du verlässt dich zum Beispiel nur auf eine Sache. Klassiker ist ja so Empfehlungen. Einfach das Geschäft, was einem automatisch so zufließt. Ist auch super wichtig. Müssen wir uns auch überhaupt nichts vormachen. Natürlich. Ist auch ein totaler Bringer, Mund-zu-Mund-Propaganda. Was kann dir Besseres passieren, als dass die Leute dich weiterreichen? Gar keine Frage. Nur, das ist natürlich, sagen wir mal, ein wunderbares Fundament. Und wer das schon hat, wow, aber da muss man drauf aufbauen. Dann geht es nämlich darum, den Hahn so ein bisschen aufzudrehen und weiterzumachen. Und vor allem auch an diesem Empfehlungsding weiterzuarbeiten. Also das auszuweiten und so weiter und so fort. Aber lass uns da nicht zu tief einsteigen, weil ich glaube, am Ende bringt es das schon sehr, sehr geil auf den Punkt. Weil das hier ist ja jetzt auch der perfekte Sprung und Übergang auf das Thema planbare Auftragsakquise. Ja, also wir sind ja eigentlich schon mittendrin gerade bei diesem Punkt. Fokussier dich auf die Basics und werde in den Basics einfach unfassbar gut. Also meistere die Basics, setze dich damit auseinander. Wie schaffst du es, Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufzubauen? Wie schaffst du es vor allem nicht nur die Leute zu bekommen, wo Empfehlungsgeber die Leute ansprechen, sondern wie schaffst du es auch Leute bei der Entscheidungsfindung zu begleiten über einen längeren Zeitraum? Weil die meisten Leute sind ja quasi vor dem Markt. Also die wissen ja noch gar nicht, ob die verkaufen wollen oder nicht. Aber das sind ja deine Kunden der Zukunft und so weiter. Wie positionierst du dich da richtig? Wie machst du dich sichtbar? Dieses Thema Sichtbarkeit ist ja auch wieder so ein Thema. Was bedeutet das eigentlich? Sichtbarkeit. Ist es einfach nur, dass dein Name irgendwo überall in der Stadt steht? Oder sind da auch Botschaften hinter verankert? Genau. Die den Leuten bewusst sind und so weiter. Oder bewusst sind, besser gesagt. Ich glaube, hier muss sich vielleicht auch der ein oder andere Makler da draußen mal die Frage stellen, weil wir hatten ja kürzlich ein ganz spannendes Gespräch. Wir tauschen uns ja auch aus mit Dienstleistern, die auch mit Immobilienmaklern arbeiten und so weiter. Da haben wir einen regelmäßigen Austausch. Und was doch sehr auffällig ist, dass Immobilienmakler, die wollen unheimlich schnell immer sprinten. Also sie wollen so schnell wie möglich zu dem Auftrag kommen. Also das heißt also, da ruft ein Lead rein und sagt, ja, dann komme ich vorbei und mache meinen Auftrag so ungefähr. Und das ist halt heute nicht mehr zeitgemäß. Das ist halt heute nicht mehr smart. Und das ist auch nicht clever. Wenn ich also ohne, dass ich alle Informationen habe, ohne, dass ich genau weiß, ist der Verkäufer überhaupt cool. Ohne, dass ich weiß, passt das Subjekt überhaupt zu mir. Ohne, dass ich wirklich mal alles sauber analysiert habe und mir angeschaut habe. Und so weiter und so fort. Einfach mal ganz, ganz schnell zu gucken, wie ich einfach den Auftrag bittsche. Am besten doch im ersten Gespräch. So, und der Punkt ist, der Makler oder die Makler verlagern halt die Probleme nur auf einen späteren Zeitpunkt. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, du schiebst halt Geschäft vor dir her, hast ja Kosten, hast, ne, und die meisten rechnen ja noch nicht mal ihre eigene Arbeitszeit mit rein. Sie sehen nur die Provision, aber gar nicht den ganzen Aufwand dahinter. Und das ist halt unternehmerisch, betriebswirtschaftlich nicht so wirklich clever. Ohne jetzt jemanden da draußen, um Gottes Willen, nicht, dass jetzt eine, ja, der Heinz, der hält hier irgendwie alle Makler für doof. Das ist nicht so. Gar nicht. Sondern es ist einfach die Tatsache, Leon, dass wir alle als Selbstständige und viele da draußen eben in Sachen Betriebswirtschaft oder in Sachen Marktgesetze, auch Volkswirtschaft, nicht wirklich gut ausgebildet sind. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja, ich muss das auch sehr schmerzhaft lernen und das kostet halt alles ein Schweine Geld, diese schmerzhaften Erfahrungen. Aber einfach hinzugehen und darauf loszulaufen und einfach zu machen, macht auch keinen Sinn ohne System und zum Beispiel ohne eine saubere Qualifizierung. Und hier liegt aus meiner Sicht eine wirklich drei gut funktionierende Quellen. Zum Beispiel vor dem Markt, im Markt, nach dem Markt. Eine coole Empfehlungsstrategie nach dem, also nach dem Verkauf. Dann eine coole im Markt. Also welche Kunden kriege ich wie, die jetzt aktuell im Markt ihre Immobilien verkaufen. Also Privatverkäufer, wie ziehe ich die raus und wie wandle ich die in eigene Aufträge rum. Und dann vorne eine oder zwei gute vor dem Markt Strategien, vielleicht auch drei sogar. Dann hast du drei bis fünf coole, smarte Strategien. Und dann kann mir keiner erzählen, dass er nicht genug Aufträge bekommt. Er wird Aufträge, bis der Arzt kommt, bekommen. Dann hängt es natürlich noch so ein bisschen davon ab, wie setzt du die jetzt konkret um. Also was machst du dann da? Was steht da drauf? Auch da wissen wir ja, wie wichtig das sein kann. Am besten mal ein Erstgespräch vereinbaren, damit wir mit den Leuten sprechen können und ihnen helfen können. Das wäre sehr intelligent. Das ist halt so das Ding. Und auch hier vielleicht noch ganz kurz, weil ich höre es ja in den Live-Calls sehr oft. Und zwar so ein einfaches Gespräch von jemandem, der anruft und seine Immobilie verkaufen will. Oder du machst ganz einfache Sachen und da meldet sich jemand und so ein Qualifizierungsgespräch oder ganz mal, ja dann so am Telefon, ja dann überlege ich nochmal. Wie kriegst du denn, also diese solche einfachen Gespräche, wie führst du rhetorisch, welche Fragen stellst du? Wie kriegst du die Leute richtig auf den Punkt? Wie vereinbarst du zielsicher einen Termin? Das sind doch die kleinen, feinen Dinge, woran viele da draußen, ich will es noch nicht mal sagen scheitern, aber wo sie dann auflegen und sagen, ja der Kunde war aber blöd. So, nee, das war die Gespräche. Da geht ja so viel Potenzial einfach überall verloren. Das ist wie wirklich, das ist wie wenn man, wenn man, man will eine Schale voll machen mit Wasser und das ist ein Sieb. Genau. Ja, das ist ein Sieb. Da läuft alles durch an jeder Ecke und Kante und dir ist nicht mal bewusst, dass die Löcher da drin sind. Genau. Weil du kannst es gar nicht sehen. Also ich will mal hier so ein Statement setzen, okay? Die Leute sind sich gar nicht bewusst darüber, was man mit kleinen Stellschrauben hier und da für massive Umsatzwachstum, für massive Steigerung der Planbarkeit, für massive Sichtbarkeitsveränderungen vollziehen kann, wenn man weiß, was die Löcher sind von diesem Sieb. Ist ja auch logisch. Lass mich da mal aus der Ernährung dir ein einfaches Beispiel bringen. Ich war jahrelang dem Irrglauben aufgesetzt, dass Kalorien zählen will ich nicht, alles Kacke, alles Blödsinn. Oder Kohlenhydrate sind schlecht. Und Kohlenhydrate sind schlecht. War ich komplett und immer hier Low Carb und haste nicht gesehen. Und dann hatte ich einen sehr smarten Personal Trainer, der gesagt hat, ja, ja. Der war auch übrigens schon mal hier im Podcast. Genau, der war auch hier im Podcast, genau. Und der Personal Trainer, der hat dann auch das ganz smart gesagt. Der sagte, ja, ja, Heinz, alles richtig. Macht er gar keinen Kopf, machen wir alles nicht. Und dann hat er das ganz smart. Ich konnte es gar nicht sehen. Und das ist wirklich etwas, wo ich jeden nur wirklich einladen kann, das mal zu tun. Du kannst natürlich nur die Sachen erkennen, wenn du sie auch irgendwo sehen kannst, erkennen kannst, spotten kannst. Und das ist halt so ein Ding, wenn du halt, sagen wir mal, diese Dinge ignorierst. Es ist halt diese Betriebsblindheit. Und das ist auch ganz oft das, was ich ja auch in den Calls höre. Die Leute, den Leuten ist bewusst, dass sie sich in der Betriebsblindheit, also dass man jeder von, und keiner kann sich davon freisprechen, dass man, vor allem wenn man Einzelkämpfer ist, oder eben ein ganz kleines Team hat von vielleicht ein bis fünf Leuten, dass du dich davon freisprechen kannst. Das ist Schwachsinn. Und das können wir auch nicht. Wir müssen uns ja gegenseitig... Natürlich in einem kleineren Maß, weil wir haben natürlich mehr Leute, wir haben ein Team und so weiter. Da gibt halt schon jeder so seinen Input und hat ja auch bestimmte Expertise in den einzelnen Bereichen. Aber wenn ich mir vorstelle, du bist Einzelkämpfer, dann siehst du so viele Dinge nicht, und zwar guaranteed. Du willst auch Dinge nicht sehen. Du musst auch, und das ist auch als Einzelkämpfer auch nicht unwichtig, du musst auch gewisse Dinge einfach ignorieren. Klar. Um voranzukommen, weil du halt viele Aufgaben hast. Absolut. Und damit sind wir beim, finde ich noch, dieser Personal Trainer, vielleicht um das kurz zu Ende zu bringen, der hat das ganz smart gemacht und irgendwann kam der, ich habe dir mal einen Ernährungsplan gemacht. Und hat natürlich die Kalorien dahinter geschrieben. Und hat mich ganz Schritt für Schritt, ganz smart, ganz vernünftig, hat er mich eigentlich an das Thema rangeführt. Bis du eine App auf deinem Handy hattest, die Kalorien zählt. Nein, 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 so weit ist das gar nicht gegangen, sondern der hat mir das so beigebracht, dass ich das so guten Range, gutes Feeling dafür bekomme. So, und das ist jetzt mittlerweile, mittlerweile drei Jahre her. Und seit diesen drei Jahren, das habe ich seit einem, fast seit der Selbstständigkeit, und das ist immerhin 35 Jahre her, wo ich gestartet bin, habe ich das nicht mehr gehabt, dass ich drei Jahre in Folge, also ich sage mal ein paar Kilo mal rauf runter, aber im Endeffekt in den letzten drei Jahren ansonsten keine, absolut stabil. Weil er mir meine Missverständnisse, jetzt kommt der wichtigste Punkt, weil er mir meine Missverständnisse und meine, sagen wir mal, falschen Glaubenssätze, so würde ich es mal nennen, die hat er einfach mal ganz easy weggetreten. Aber er hat sie nicht getreten, sondern er hat sie seicht und sanft aus dem Weg geräumt. Und hiermit möchte ich auch Farbe bekennen, ja, ich kann auch sanft sein. Also ich kann auch lieb sein, ich kann auch nett sein, ich bin nicht immer der Harte, der draufhaut, sondern der Punkt ist, dieses wirklich einen dahin führen. Und das ist schon das, was wir tun. Leute hinzuführen, langsam, Schritt für Schritt. Wir wissen auch, dass jemand, der jetzt anfängt, nicht mit einem Content von jemandem, der vielleicht schon zehn Jahre im Markt ist, beballert werden kann. Und umgekehrt genauso. Das muss alles Schritt für Schritt erfolgen. Absolut. Das macht auch Sinn an der Stelle. Okay, ich würde sagen, it's a wrap für heute, für die Folge. War es das erstmal. Dementsprechend tragt euch allen für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schnacken mal miteinander und finden heraus, ob und wenn ja, wie wir euch überhaupt weiterhelfen können. Und in dem Sinne, alle Kanäle sind verlinkt. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao.